Ganz herzlichen Dank, Luis Carlos, für diesen engagierten Vortrag zu Geschlechterverhältnissen als Machtverhältnissen. Sie haben uns die Mammutaufgabe gezeigt, aber auch eine Vision entwickelt, wie eine friedvollere Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft, gerade durch erneuerte Geschlechterbilder gelingen kann. Bevor ich ins Plenum öffne, würde ich gerne an Sie und an Sie eine Frage richten. Sie haben beide, Nontando hat stärker von Erwartungen und Forderungen gesprochen und Luis Carlos hat eine Vision entfaltet. Wie hören Männer das, was sie sagen? Kommt das an? Wird es verstanden oder erleben sie Widerstand gegen ihre Vision? Me escuchan? Ja, ja. 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 Aber was machen Sie dann? Ich habe mehr von 10 Jahren gearbeitet, über die Masculinität, insbesondere in Mesoamerika, das ist entstanden von México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panamá, und in den Ländern Bolivarien. Also, diese Diversität, in der wir uns und wir sind sozialiert haben, hat sich erst einmal die Erfahrung, der Barschung der Barschung der Barschung. Produkt, sobre todo, de los conflictos, más que de violencia, pero del crimen organizado. Mujeres que han pasado por actos de violencia, por el narcotráfico, que somos una zona muy, muy compleja. Y ellas mismas tuvieron la necesidad de decir, necesitamos trabajar con nuestros esposos y con nuestros hijos. weil wir uns selbst reproduzieren und sostenieren den Patriarchen in dem privaten, in dem privaten, in dem domästigen und, warum nicht sagen wir, in dieser Gemeinschaften-Domästigen-Familiener. Und sie begannen, die ersten Fragen zu machen. Und die erste Frage, die ein Mensch ist, ich benutze die Sprache, die in Amerika Latina benutzt, ist, weil ich einen Teil der Deconstruktion von Masculinien. Warum werde ich den Privilegien? Warum werde ich die Möglichkeit, dass ich, wenn ich meine Hause bin, weil ich ich ein Mensch habe, habe ich alles vorbereitet. Entschuldigung, ropa, comida, etc. Und ich bin und habe nichts zu tun, mit dem Kranzen, mit dem Kranzen, mit dem Kranzen. Wir sind, mit dem Kranzen, mit dem Kranzen. Después empezamos entonces a medir todos los espacios por los cuales el patriarcado latinoamericano tiene consecuencias y es un problema de salud pública. Es un problema de que la mayoría de los infartos y los crímenes de violencia son producidos por varones. Entonces, ocho de cada diez mujeres en América Latina han sido violentadas. De hecho, solo en Mesoamérica tenemos a los cuatro países más violentos del planeta y se reproduce eso en todo. Entonces, cuando un macho llega a un taller, ¿verdad? Es, ¿por qué voy a perder? Y es ahí donde empezamos entonces esa deconstrucción. Y entonces empiezan a aparecer palabras importantes como ternura, como el derecho que tengo yo a abrazar. Voy a poner mi ejemplo, por eso a mí me gusta empezar, ¿quién soy yo con mi familia? Mi papá tiene una historia particular producto de su socialización. Mi papá, tengo 56 años, nunca lo he oído apalabrar la palabra te quiero. Y él ha aprendido por nosotros y mi hermana de que tiene derecho a decir, te quiero. Entonces, cuando uno llega y lo abraza por detrás, le dice, papá, te quiero. Él hace, papá, pero diga, te quiero. Pero tiene otros mecanismos ya para no presionarlo, es decir, entonces me lleva una taza de café, ¿verdad? O acompaña a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá es una mujer fuerte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le reclama, es que Carlos, tú nunca me has dicho que te quiero. Es una forma de ir deconstruyendo. Incluso ha costado, porque yo fui educado, soy cura por tal, he sido educado con muchos privilegios. Con la mayoría de privilegios, ¿verdad? Tengo una señora que me limpia, una señora que esto, para poder hacer yo otro montón de cosas. Y un montón de mujeres en torno, que prestan servicios. Entonces, ¿cómo ir igualando entre pares esa conciencia? Yo creo que el sínodo la escucha. Y ayer la amiga, compañera y hermana, Birgit, hablaba sobre lo que ha pasado en América Latina con la asamblea eclesial. Que creo que ha sido más fuerte que lo que salió en los procesos de sinodalidad. Salieron 41 desafíos. De esos 41, 30 están vinculados al clericalismo y al patriarcado. Exigencia de las mujeres. Y eso es muy rico. Y yo creo que no hay una vuelta atrás ya, porque esos 41 desafíos están en el papel y están ya haciendo resonancia y ruido en todos los movimientos. Y por ahí la compañera citaba. Uno de ellos habla sobre las comunidades LGBTQ+. Porque la migración también es un efecto del patriarcado y del modelo depredador de cómo nosotros estamos manejando nuestras relaciones con los pares. Y ahí, por ejemplo, recibimos migración en Costa Rica por exclusión de personas de diversidad sexual en donde se acogen. Y eso está transformando a la iglesia. En el encuentro de mujeres que tuvimos en la Pascua de Resurrección de este año, es muy diverso. Porque hablamos de mujeres afro. Y dentro de lo afro, toda la diversidad afro que hay. Dentro de las mujeres de los pueblos originarios, toda la diversidad que hay. Y de la cultura del mestizaje. Entonces, es un proceso que nos está ayudando a ser más humanos y a humanizar más las estructuras eclesiales. Y con eso me callo Julián. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für diese Erfahrungen. Dr. Debe, nontander, ganz kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Hast du Hoffnung, dass die Erwartungen, die du formuliert hast, dass sie greifen? Dass ein solcher Prozess auch in deinem Kontext in Gang kommt. Thank you very much. I think in terms of the report that came, the national report, many of those points that were in the women's report were included. Yeah, so they were included in the country report to the synod. And I think what we feel is that our points are like seeds. They've been made known. This is what has been made. This is what the women were saying. And it's a sample. Like we were saying yesterday, that women are diverse. You know, there were some, you know, who were not yet ready. But we are all on a journey. So we feel like those points are there. We can hold our church accountable. But the fact that, you know, the bishop said, deal with patriarchy. We know we've got that support and that we can continue. But we want to make sure that this is a process that doesn't go back but keeps going forward. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne ins Publikum öffnen, damit wir die Zeit nutzen. Wir haben 20 Minuten ungefähr noch und Herr Arnold sieht schon so aus, als habe er einiges aus dem Chat, aber sicher auch hier im Raum. Da ist schon Catalina, die sich gebildet hat. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Menschen aus vier Kontinenten Erfahrungsbereichen ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der machismo ist sehr fest, und ist auch, von uns, als Frauen, in der Tat, wie du es erwähntest. Aber ich glaube, die mit dem machismo und die Fähigkeiten, die in der Machen, ist nicht mehr so, sondern es mehr komplexe. Und ich glaube, dass es das Thema eher schwierig, glaube ich, der in unserem Kontext zu überlegen. Und die Frage, die ich hatte, um die Abstand der Masculinität zu haben, hat es mit wie es sich implementieren oder nicht nur auf der Basen, sondern ich glaube, wie es die Nucleare, für die wir hier sprechen, wie es die Deconstruktion der Masculinität, auch die Strukturen der Kirchen und die Menschen, die in den Strukturen, die in den Strukturen, wie in den Strukturen, wie in den Strukturen, weil die Strukturen mit den Basen ist ein enormes Worte, in die Familien, in die Strukturen, aber wenn wir die Strukturen nicht die Strukturen der Masculinität, die die Strukturen der Strukturen, die Strukturen, die Strukturen, dann wird das Worte, dass wir in der Strukturen, zwischen der Gesellschaft und der Strukturen. Ich interessiere, obfüllen, was Sie in dieser Linie haben, die Sie haben gearbeitet, von der Strukturen der Masculinität, die Strukturen, die Strukturen, die Strukturen, die Strukturen, Obispos, etc. La CLAR, la Conferencia de Religiosas y Religiosos, es una herramienta muy importante porque es un colectivo muy grande en América Latina y el Caribe. Y el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, junto con Cáritas, América Latina y el Caribe, hemos empezado todo un proceso de deconstrucciones con las conferencias episcopales. Los obispos cuestan, y mucho, ¿verdad? Téracos, jupones, ¿verdad? De una serie de perspectivas, también entendible pero no justificable lo que pueden perder, ¿verdad? Pero se ha logrado. Y hemos creado toda una alianza de grupos, de obispos que han sido sensibilizados y que nos han ayudado también a trabajar esto en las mallas curriculares formativas, tanto en los seminarios como en los procesos formativos. Porque los jóvenes están llegando y están cuestionando a las mismas autoridades de los seminarios, ¿verdad? Por ejemplo, hace 10 años en mi país, un seminarista tatuado no podía entrar al seminario. Hoy ya entran tatuados, ¿verdad? Y van cuestionando esos modelos. Y ante la crisis vocacional, creo que estamos reaccionando, ¿verdad? A eso. Y también se ha procurado ir trabajando en el entorno privado familiar para no ser agentes reproductores de esas masculinidades tóxicas y violentas. Y en el entorno privado, ¿verdad? Y meren, ¿verdad? Y meren, ¿verdad? Es wird übersetzt in alle Sprachen. Es wird zumindest in allen Kontinenten immer wieder als eine der Begründungen angebracht. So nach dem Motto, naja, wir haben ja nicht mehr genügend Priester, jetzt müssen wir halt eben auf die Frauen zurückgreifen. Aber das ist ja genau das, was Frauen ja immer wieder sagen. Das Problem ist, für die Kirche haben wir nur einen Nutzwert. Also wir werden immer nur dann gesehen und wird immer nur auf uns zurückgegriffen, wenn wir für die Kirche von Nutzen sind. Und jetzt gibt es halt eben nicht genügend Priester und das heißt, ja, jetzt müssen wir mal wieder auf Frauen zurückgreifen. Ich würde mich nochmal zum Anwalt der Dame aus dem Chat machen. Mein Eindruck ist, dass sie lieber diesen pragmatischen Weg gehen würde, um überhaupt was zu erreichen, als gar nichts zu erreichen. Ja, weil man sagt, okay, und aus der Erfahrung der anderen Kontinent nochmal gespeist, gibt es da schon Schritte? Ja, ich würde sagen, was Sie sagen. Oh, ist es? Ja, das ist all right now. Ja, ich würde sagen, was Sie sagen, was Sie sagen, wenn die Theological Foundation ist, ist nicht questioned. Also sie kommen und Sie sagen, hier ist es It's ist, sagen Sie sagen, oh, es ist W très gut, aber die Staaten Sie sagen, die Kinder und die Strecke sind. Aber die Strecke sind, die Strecke, die Sie sagen, die Strecke sind, die Strecke sind, die Strecke sind gemacht, ist nicht questioned. You know, then you just add women and it continues as it's always been. So it has to change at a fundamental theological level so that it's something that women feel we are a part of. And not just adding, but being the ones who participate in reconstructing so that the voices of women are right there. Yes, I agree with both of you. There are two main approaches to this question of women ordination. As you mentioned from the pastoral perspective and from the theological perspective. But the two cannot be separated. Well, as has been mentioned already, if you start from the pastoral perspective, just to respond to a pastoral need. Yeah, I agree that women would feel that they are used as a stopgap. That's why, for me, it has to be accompanied by a theological reflection. Why women can't be ordained? That's the main question. Now, in Asia, this is how we do theology. It's very simple. There are two poles. One pole is the Judeo-Christian tradition. The other pole is contemporary human experience. According to the theologians of the Federation of Asian Bishops' conferences, women concerns and women movements form a sign of the times which cannot be ignored. I have learned that many, many women worldwide are seriously discerning their vocation to the ordained ministries. And many say that they feel that they are called, that they have received the vocation. This is locus theologicus, who, among us, will say that the vocational experience of these women is inauthentic. Well, according to the practice in the Church, the bishops. But, well, the bishops are supposed to help the whole Church, all the baptized, to discern their charisms and their vocations. Now, how can there be an authentic vocational discernment if they start from the principle that women cannot be ordained? Then there can be no real authentic vocational discernment. Well, yesterday, I was trying to listen carefully, although I don't speak German at all, that the focus on this issue of women's ordination is the principle of representation. But, well, you must have heard of Phyllis Sagano. She has said again and again that this argument on representation of Christ has been dropped. Now, correct me if I'm wrong. You search the documents of Vatican II, if you find the expression Alter Christus. Have you found any? I don't know. But, I tried to find, but I could not find any. Not even in the, in Lomigensium chapter 3, or in Presbyterorum Ordinis. There is no Alter Christus. What is used is in nomini Christi, or in persona Christi. That is different. To act in the person of Christ, or to act in the name of Christ, is very different from the principle of Alter Christus, which is to act as Jesus Christ. And that has been dropped already. The problem is, our beloved Pope, in explaining this, he uses two principles, the Petrine principle, and the Marian principle, and he added another one, which is the principle of administration. That's why he has been appointing women to the highest positions in the Vatican, but administrative positions. You know, I mean, this is, for me, more political. Rather than theological, you know, or pastoral. So, for me, I am not contented with this. I don't know, well, if you are contented, but I am not, I am not happy with this. Thank you. 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 stärker auch noch mit einbeziehen, wenn es um die Fragen geht, so als Perspektive. Vielen Dank. Vielen Dank, also ich möchte mich nochmal sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken, weil ich glaube, was jetzt auf dem Tisch liegt und das ist eine der ganz wichtigen Ergebnisse dieser Tagung, dass die auf dem Tisch liegen, ist, dass sie die Verbindung hergestellt haben zwischen der ideologischen Grundierung der Theologie und der Kirche über Geschlechter und der Weigerung Geschlechtergerechtigkeit anzuerkennen mit dem, was du gerade gesagt hast, Birgit, es geht um Leben und Tod. Also das ganz konkrete Leben von Menschen, die aufgrund ihres Geschlechtes Gewalt erfahren und die Gewalterfahrungen sind in einem ganz breiten Spektrum und das ist geschlechtsspezifische Gewalt, ist ein Menschenrechtsverbrechen. Und Sie haben, glaube ich, gerade diese Verbindung hergestellt zwischen der theologischen Grundlage der Differenzierung der Geschlechter, die Geschlechterung gerecht ist und der ganz konkreten Gewalt und es geht hier nicht darum, dass es sogenannte häusliche Gewalt ist. Istanbul-Konvention rettet Leben und das Leben, das gerettet werden könnte, wird nicht unterstützt, weil da ein bestimmter Genderbegriff drin ist. Das ist das eine. Das andere ist auch, spiritueller Missbrauch kostet auch Leben. Die Suizidalität bei spirituellem Missbrauch ist hoch und auch diese Leben könnten und müssten gerettet werden. Und das ist eine Frage auch des Geschlechts. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das würde ich gerne als Schlusswort zu diesem Panel nehmen. Die Verbindung von Geschlechterbildern, von Geschlechterlehren, von geschlechtlicher Realität und von Gewalt und der Rolle der Kirche, die die in diesem prekären Spektrum spielen könnte, sollte und die sich faktisch spielt. Ich danke ganz herzlich Luis Carlos Aguila-Badilla, ich danke Regina Franken-Wendelstorff, sie haben fast alle Doppelnamen, ich danke Samuel Kandilank und ich danke Nontando Hadebi für ihre Erfahrungen und ihr engagiertes Wort heute Morgen.